So, wir sind jetzt auf dem Weg zu der guten Sister. Hat die auch einen Namen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen wir dort Feinde besiegen. Mit Farbe. Das bedeutet, wir müssen kämpfen, und wir haben fast keine Farben mehr hier drin. So. Gut. Mal aufgefüllt, und dann können wir kämpfen. Wir haben... ... einiges an Blau. Wir gucken mal, wo die Feinde sind. Da ist unsere Rolle. Ich höre was. Ist das jetzt die Feinde, oder ist das nur so? Geräuschkulissen. Ich seh keinen Feind. Hm. Hallo? Feinde? Sieht's? Was ist mit der Ohren reden? Und dann weiter die anderen. Weil hier ist ja nichts. Wir reden mal mit dir. Wir können sich aber ja wieder füttern. Mehr kriegst du nicht. Ist das jetzt überhaupt aufgefüllt? Nein. Ja. 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 Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Sie sind zu langsinnig, um die Geistern von mehr als zwei Farben zu verstehen. Können wir uns überspringen? Okay, wir verlassen dann mal Ich finde hier auch keine Gegner Ich töte mal die anderen beiden umgehobten Viecher noch Ähm, wo waren die denn? War das hier? Nee, da in der Mine war das Achso Da hier rumdrucken So, ich hoffe Ich schenke zwei hier Ich kann sie hören Na, wo hopfen die umher? Hallo, süße Kleine Viecherchens Ich hoffe, das ist richtig, dass die Töte da Wir haben viel Blau Schon mal aktiv Ich hoffe, das war jetzt nicht verschwendet Was hat das für einen komischen Maul Naja Das andere mal suchen Wo ist er denn? Hallo, Hopsi 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 war doch hier oben Da ist Hopsi Hallo, Hopsi Ist er jetzt tot? Bist du tot, Hopsi? Hopsi, bist du tot? Ach, sieht's aus Er verschwindet Okay Gehen wir mal wieder raus Und ich hoffe, das war jetzt das Richtige Okay, was passiert? Hopsi 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 Und hier? Können wir ernten? Ach, ich vergesse immer, Steuerung zu drücken. Wenn ich aufstehe, wird niemand. Ever. Ich liebe, dass hier nur ein Kreatur wandert. Hörst du es? Keine Erinnerungen. Ich denke, wir haben sie alle bekommen. Danke, mein Lieber, zurück zu mir. Klein, oh klein. Das ist süß. Trotzdem mag ich Blumen lieber. Oh, so viele schöne Blumen. So viel Farbe. Aber... Könnte ich hier auch enden? Sehr schön. Nicht Angst, dass es keine Angst gibt. Also wir haben Gold und... Grün... aber auch einen Blauen. Den würde ich gerne mal... Ich weiß gar nicht, ob wir Blau auch schon gemacht haben. Ach halt... Ja... Dein Weg wird so sein. Und du gebenst eure Farbe... ...draht und draht und draht, damit andere leben. Aber nicht zu viel. Nur nehmen. Es ist zu früh, dass du anderen mit deinem Blut zu verdienen. Ja, ich... ...sehe Januar, damit ich enden kann. Don't fear death. There is no death in the bush. So... ...so... ...haben wir jetzt alles. Also wir haben... ...grün, wie es aussieht... ...gold... ...blau... ...beernten. So... ...da sind noch Blümchen. Alles schön mitnehmen. Ich will noch nicht mehr Farben anbauen. Ich weiß nicht... ...gibt es noch andere Gärten gibt dann? Ah, nur diesen einen. Wenn da noch Farben dazukommen... Ich bin die Farbe von deiner Kraft und der Freude. Dann machen wir die mal raus. Und das... ...drei. Das kann noch. So. Dann kann ich das eigentlich wieder aufheben. ...drei. Ich werde deinem Gehirn sein. So. Alles eingesammelt. Scheiße. Was ist hier? Ah, da ist noch was. Ich werde dir die Power-Kontroll-Zeit geben. Dann noch mehr. Halt an. Das ist gut. Ahem. Na, so langsam verstehe ich aber das Prinzip. Na, dann hauen wir jetzt aber wirklich mal ab. Gehen zu der Ollen. Wenn meine Viecher für sie besiegt. Hier wandelt er das doch um, mein Ding ist das. Soll ich jetzt mal gucken. Es sinkt und sinkt und sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Wir müssen die ja noch mit einiges füttern. 62. Hm. Nochmal reingucken. Jo. Wirkt. Dann verwandeln wir mal noch ein bisschen. Oh. Würd ich sagen. Wird die ordentlich füttern können die Leute. Ja, da müssen wir leider ein bisschen warten. Tut mir leucht. Gold ist gleich voll. Dann... Mach ich... Ne, wir gehen da rein dann. Ich hätte ja gesagt, wenn wir zu lange warten und das voll ist und dann verschwindet der Rest. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur die Olle füttern. Das Zeug. Hallo. Hallo. Wie geht's? Alles klar? Ich sehe jetzt eins in ihrer Herzen. Dieser Glyph schadet die Luft und die Grunde rund um ihren Kreator mit Farbe. Für eine kurze Zeit erhöht er die Kreatorin der Bewegung und die Distanz, die zu jumpen kann. Je größer die Farbe, die auf dem Glyph benutzt wird, desto länger das Effekt dauert. Jaaa. Jaaa. Aha. Dann könnten wir sprinten, aber wir haben eh... Moment, nicht genug Farbe für solche Spielereien. Mhm. Na gut So, wenn wir da nochmal reingehen Und sie mit weiterer Farbe füttern Und Okay, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Das vielleicht nicht alle wählen Und so Ach, da ist die Zeit schon wieder oben Naja Wir haben bestimmt kein Grün mehr Nein Dann gehen wir zurück Und dann beende ich auch die Folge und mache eine Aufnahmepause Und ich hoffe, ich weiß dann auch in der nächsten Folge, was wir tun müssen Und sage dann schon mal Bis dennne Bis zum nächsten Mal